Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Journey Down Chapter 3 in der deutschen Beta. Ja, wir stehen hier im Kontrollzentrum von der Amando Power Company und ja, Buana und Lina sind jetzt dran, hier den großen Gegenschlag zu planen oder was heißt zu planen, durchzuführen. Lina hackt sich hier ein System und möchte einfach mal wieder ihre neuen Nachrichten und heißen News verbreiten und lässt Buana die Drecksarbeit übrig. Buana muss irgendwie hier in den Aufzug kommen und runter zum Thermokern fahren, dort dann irgendwas zerstören oder manipulieren, aber ich habe irgendwie noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Also, es gibt diesen Stromkasten und irgendwie hängt da das Mikrofon dran. Und ich habe ja herausgefunden, ich kann das Mikrofon auch wieder abhacken. Okay, ich schaffe auf die Mic. Und ich kann beliebig das wieder miteinander verbinden und genauso gut auch wieder zerhacken. So, mich lässt es also nicht los. Ich muss irgendwas mit diesen Aufnahmegeräten machen, wenn es funktioniert und es dann auseinander hacken. Das würde ich jetzt sagen. Ich weiß aber nicht was und ich weiß aber auch überhaupt nicht warum und wie und wer ich eigentlich bin. Ich meine, es gibt ja diese Möglichkeit, das wieder zusammenzufügen, weil ich könnte es ja kaputt hacken noch, bevor ich das damit getan habe, was ich eigentlich damit tun muss. Also, muss ich erst irgendwas damit machen, muss es dann zerhacken und dann wahrscheinlich irgendwie das Mikrofon hier an den Stromkasten, aber ich weiß nicht wieso. Ich sinniere hier einfach mal vor mich hin. Vielleicht macht es auch irgendwie Klick, aber hier in dem Raum ist doch nichts, oder? Ich meine, mit einem Aufnahmegerät kann ich doch nur was aufnehmen. Aber was? Nichts ist aufgenommen. Okay. Was soll ich aufnehmen? Hier gibt es ja nichts aufzunehmen. Am Computer auch nicht? Keine Ahnung. Was war denn hier der Schreibtisch? Das Poster. Das Poster. Das Poster. Das Poster ist 2000. 2000 Bards of your security. Sounds pretty high tech. Fax. CQ-Fax. Ist hier irgendwo ein Fax? Wie geht denn mit dem Fax? Also, ich kann diese Tür wieder auf und zu machen. So, und jetzt? Okay, das Ding klingt wie ein Fax, deswegen heißt das auch so, ne? This building is secured using the SecuFax 2000 Security System. SecuFax 2000. 2000 Bards of pure security. Sounds pretty high tech. Na toll. Tür auf, Tür zu. Ah, hier geht doch auch nichts. Nein, brauchst du sie nicht. Boana, das wissen wir. Keine Ahnung. Ich meine, das klingt wie ein Fax. Kann ich das Fax-Geräusch aufnehmen? Nichts im Schreibtisch, Mann. Nichts im Schreibtisch, okay. Okay, let's record this. Ach, okay. Das nimmt er auf. Ah, Moment. Kurz nochmal laut nachgedacht. Ich könnte ja jetzt das Mikro abhacken, da dranhängen. Okay, ich schoppe das Mic. Ah, jetzt. Und dann spiele ich das Fax-Geräusch ab und dann hätte ich ein Signal. Klar, natürlich. Das Mikrofon wandelt mir natürlich das Geräusch jetzt in einen Strom um. Und damit öffnet die Aufzugtür. Okay, let's play the signal. Hossa. Na, Gott sei Dank. Na, dann mach mal. Okay, St. Armando. Time to wake up. Und tschüss. Und dann mach mal. Und dann mach mal. Ma'a'm, ich glaube, ihr könnt gerne mal schauen. Wir haben eine Probleme. Was ist das, was ihr hier? Das ist möglich. Die Stadt wird sich verletzt. Warum immer ich zu diesem Mann verletzte? Es ist Zeit, an der Zeit einen Verlück auf diese Lätenheit zu setzen. Ich brauche mich in die Power Company, stetsch. Jetzt wird sie stinkig, die Mutti. Plötzlich mutiert hier unsere Gabi richtig zur Hackerin. Ich dachte, sie wäre eigentlich nur so eine Nachrichtentante. Also 1, 2, 3, 4 Kanonen. Ja, war klar, ne? Die Generatoren, da sollen wir doch auch hin. Na komm, der letzte noch. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist der Urn von Niakazo. Was? Das ist von der Unterlagen. Sie sagen, es hat den spiriten eines schweigen Gott in der Mitte. Schweigen Gott? Was ist ein schweigen Gott in St. Armando? Ich weiß nicht, Mann, aber was der Plan ist, ich bin sicher, dass wir ihn verhören. Du wißt du, Buana? Ich nehme deine Worte an das. Ja, da fehlte nämlich noch eine, gell? Da sind wir uns doch einig, Lina. Äh, Lina sagt schon, Gabi ist das doch. Mensch, sind Kinder. All right, all four charges are in place. One. Thermo-core intrusion, alert. Uh-oh. Let's get the hell out of here. Full system lockdown in effect. Elevator offline. Dammit, they've shut down the elevator. How the hell are we gonna get outside so we can trigger the bombs? Hey, Gabi, let's climb the shaft. Das endet doch auch nicht gut. Oh, shit! They're coming! Hey, Gabi, in here! There they are! Get them! Quick, Buana, get that door open! It's our only escape! Come on! I'll cover you! Joa, hab ich jetzt alle Zeit, die Tür zu öffnen? Look on this, you heads! Werden das noch mehr löchern? Ja, nie, ne? Ah, ich glaub, die Zeit wird wirklich kommen. Ich werd bekloppt. Äh. Äh. Mach einfach. Es gibt ja nichts anderes. Es gibt die Tür. Es gibt die Gabi. Und es gibt mich. Wie lange hab ich hier für Zeit? Es geht ja immer mehr kaputt. Äh. Das geht schon auf. Nein. Man, that ain't gonna work. Mh, mh. Was ist mit der Tür? Ja, das weiß ich doch auch. Und? Benzin-Kanister? Äh. Nicht Aufnahmegerät. Feuerzeug. Äh. It's got a bad idea. But it's got no fuse, man. Äh. Finschnur. Hase. Hase. Ah, Mr. Bunny will make a perfect fuse. Jetzt brauchen wir den auch endlich. Ein Molotow Cocktail. Perfekt. Den zünden wir jetzt an. All right, Gabi. Fire in the hole. It's the mayor. I gotta go live with this. Mayor Marobo. What a pleasant surprise. You're just in time. Enough with the nonsense, Chairman. Your Fairytale Underland project has failed. And now the whole city is in rebellion. This ends now. I am revoking your powers and having you arrested. My power? Revoked. Oh, but you are too late for that, Mayor. Much too late. Oh. Ah. 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 Oh, the horn isn't working. We're still not close enough to the tree. All right, here I go. We've taken too much fire. We're almost there. We're almost... Oh, my God! How are we going to make it through that thing? It's the Zizumus! They're clearing the way for us! I knew she had it in her. Now is the chance, man. Blow that horn. We did it, man! I can't believe it! It worked! Our Quan has returned! But where's he going? Follow him! Come on, baby. Wake up, God damn it! Oh, no! Gabby! Don't you die on me, Gabby. Wasi, are you okay, man? Of course I ain't okay, fool! Can't you see me and Gabby was meant to be? Wake up, baby. It was supposed to be you and me, baby. Listen, guys, we got to detonate the bombs. All right. We put enough bombs in the skyscraper to blow near Kazota Bits. But only Gabby has the detonation sequence. Gabby, you gotta wake up! What? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. It's like there's something hidden under all that rubble. Hey, this looks kind of familiar. Hey, Keto. Give me your hand with this. Keto, check it out. It's a power box. okay mach mal das kennen wir noch aus johnny down chapter 1 die klappe kommt weg der hebel wird umgelegt was denn so wir haben den stecker ich habe nichts als hackebeimützenfeuer zeugt und ein lufthorn ich kann ihn nicht anfassen ja ich mache ja schon die wird mit dem lufthorn geweckt ach das funktioniert alle guten dinge sind zwei ich nicht ich brauche eine gitarre ich brauche eine gitarre und für alle die mal wieder klugscheißer wissen wollen es ist eine gibson flying wie sieht fast aus wie das original sehr gut geworden ja schöne gitarre hätte ich auch gerne so starter kabel das ist doch alles was ich brauche oder jetzt wird die gute gab ach komm sei ein mann ja 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 mach doch mach doch hier hier dran und schön an die gabi strom an strom an starter kabel genommen alles klar alles klar und jetzt 80.000 volt naja ohnehin sie wäre tot alles klar Hm. Oops. Ja, gut gemacht, Buana. Gaby, du musst die Bomben spielen. Du musst die Bomben spielen. Die Bomben, richtig? Oh Mann, der Bomben ist kaputt. Es spielt nicht die richtige Sequenz. Komm schon, work! Irgendein blödes Rätsel wartet jetzt noch auf mich, ne? Zünder. Gitarre nutzt mir doch nichts beim Zünder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Zünder. Schauen wir uns doch mal an. Klinkestecker. Da ist ne Kassette drin. Ja, Leute, ihr müsst den Song einfach mal spielen, ne? Wie geht's, Banschel? Nicht jetzt, Buana. Ich muss den Rigg wieder arbeiten. Das muss sein, wo sie alle die Instrumenten verbinden. Ich sollte wahrscheinlich nicht auf die Beine nehmen. Aber... Okay. Gitarre anschließen. Das Soundsystem kann massives Geräusche. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Gitarre spielen. Und dann musst du es jetzt noch schnell lernen. Schlagzeug. Das Mikro. Hm. Ich wundere mich, wer der Singler damals war. Und der Lautsprecher. Sonst haben wir hier nichts, ne? Müssen wir jetzt mal mit Bombshell reden hier. Äh, mit Basi reden. Hey, Leute. Hör auf, Buana. Du musst einen Weg finden, um die Bombs zu detonieren. Oder alles war in Vain. Okay. Ich gebe dir jetzt mal die Gitarre, Basi. Äh, heh. Ich bin nicht sicher, wie das uns helfen wird, die Bombs zu detonieren. Der Detonator ist gesetzt, um die Revolution Rush zu spielen. Aber die Kassette ist alles kaputt. Und, wie kriege ich denn die Kassette wieder ganz? Wie kriege ich denn die Kassette wieder ganz? Kriege ich denn die Kassette wieder ganz? Eieieieieiei. Kaputt hacken erst mal? Itatonator Braucht gar nicht die Kassette, sondern der spielt das Ding jetzt direkt Ich weiß es nicht, also Achso Stell ich nicht so an So, mit diesen schönen Bildern möchte ich mich bei euch verabschieden Das war The Journey Down Chapter 3 Das Spiel ist noch nicht ganz zu Ende Aber ich hatte mit den Jungs von Sky Goblin die Vereinbarung Die letzten 3 Minuten nicht zu zeigen Diese Vereinbarung, die haben wir leider bisher nicht nochmal aktualisiert Deswegen, ich halte mich an mein Versprechen Und wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel endet Würde ich doch einfach sagen, selbst zocken Gut, vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank für euer Interesse Und wir schauen mal, was demnächst auf meinem Kanal kommt, oder? Bis dann, vielen Dank